Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Dartarossa Darts und wie die Kenner von euch schon bestimmt festgestellt haben, seht ihr es auch schon anhand von den Flights geht es heute um den Emo-Dart von Robert Marjanovic, dem Robstar, einem der bekanntesten deutschen Dartspieler, der nicht nur durch seine sportliche Leistung, sondern auch in meinen Augen durch seine Leistung auf dem YouTube-Kanal den deutschen Dartsport einiges Gutes tut und ja, dieses Review ist quasi schon viel zu lange überfällig, denn ich muss euch unbedingt mal diesen Dart zeigen und euch erklären, was hat es damit auf sich und was kriegen wir da Besonderes geboten. Wir gehen mal auf die Einzelheiten ein und zwar kommt der Evo-Dart vom Robstar in 90% Tanksten mit der Nano Stormpoint von Target geliefert, das ist der vordere Teil, in 26mm ab Werk, also mit einer Spitze, die schon einen ganz, ganz feinen Nano-Grip hat, die einen super Halt im Board findet und die auch einen flüssigen Übergang zum Barrel bildet, also da bin ich ja generell Fan von, dass wenn die Barrels vorne so leicht konisch zusammenlaufen, ein relativ schlichter, gerader Übergang ist ohne große Kante, hat einfach einen riesen Vorteil, die Spitze hält enorm gut im Board, ohne das Board extrem zu belasten und auf der anderen Seite schont ihr natürlich auch euer Material in Sachen Flights, besonders dort Standard-Flights, weil wenn hier keine starke Kante oder so ist, dann hauen die auch nicht immer direkt so drauf und ja, es bleibt einfach schön und schont das Material enorm. Aber wir wollen uns ja das Barrel mal genauer anschauen. Wir finden ein relativ schlichtes, fast gerades Barrel hier, wir haben aber eine ganz leichte Verdickung nach vorne hin. Das Barrel ist 52mm lang, hat hinten gar keinen Grip, dort finden wir einmal die Lasergravur von Evo, genauso auch nochmal hier vom Robstar, natürlich wieder in bester Qualität auch dort eingraviert, also das kann Evo definitiv perfekt. Und dann ist ungefähr in der Mitte, ja ungefähr so, die vorderen zwei Drittel finden wir dann einen sehr, sehr schönen, gleichmäßig angeordneten Ringgrip, bis vorne dann quasi wieder ein ganz kleines glattes Stück kommt, wo der Dart sich dann dementsprechend verjüngt und nach vorne zusammenläuft. Der Grip an sich, der ist gerade hier zu Beginn, wo der Dart noch recht neu ist, fühlt er sich schon gut stark an. Also es ist kein aggressiver Grip, kein Grip, wo ich jetzt sage, wow, das ist jetzt echt viel, aber es ist auch nicht so, dass er total glatt ist oder so. Logisch, hinten, da ist das Material so ein bisschen matter, stumpfer, also ich will nicht sagen, da ist kein Grip, es ist jetzt nichts reingefräst oder so, aber ich habe natürlich schon ein bisschen so eine Haptik, ähnlich wie bei den Steven Bunting Darts zum Beispiel, die ja auch sehr glatt sind, aber ja doch irgendwie einen gewissen Pack anhaben und das spüre ich dann natürlich hier, wenn ich hinten noch einen Finger auflege oder drunter lege, habe ich auch ein kleines bisschen Kontrolle, aber bei weitem halt keinen starken Halt. Der Ringgrip an sich ist aber so angeordnet, dass ich mich gut orientieren kann von der Balance her. Also ihr wisst, ich greife am liebsten ziemlich weit hinten, was natürlich bei dem Dart für mich die absolute Katastrophe am Anfang war, aber je mehr ich mich dann auch nach vorne oder in die Mitte getraut habe, also da, wo der Grip wirklich ist, umso bessere Ergebnisse hatte ich dann auch quasi im Wurf, dass ich sagen konnte, gut, die Balance ist tatsächlich bei dem Dart so angelegt, dass er für da vorne, der Griff optimal geeignet ist. Wenn ihr mehr über den Wurf vom Robot erfahren möchtet oder wie er den Dart hält, dann schaut mir bei ihm auf dem Robstar 180 YouTube-Kanal vorbei. Das ist ein Kanal, der hat mich von Anfang an fasziniert und begleitet, also von wie werfe ich, über Material, über Erklärungen, ist da alles vom Feinsten mit dabei, also er macht ja echt einen super Job. Schaut euch das mal an, das ist wirklich der Wahnsinn, was der Mensch dort leistet, noch neben dem ganzen Dart-Sport und Beruf und, 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 und. Weiter zum Setup. Ich habe jetzt hier einmal das Setup aufgebaut, so wie er es spielt, das heißt mit dem Carbon L-Style-Schaft. Der Carbon L-Style-Schaft ist in der Länge 3,30. Und dann natürlich hier mit dem coolen Players Flight, mit dem Totenkopf-Design. Den gibt es einmal in durchsichtig, also fast durchsichtig, der ist so leicht matt, sieht aber wie vierseitig bedruckt dann aus. Oder auch in der schwarzen, ich sage mal etwas partymäßig angehauchten Variante, die mir auch sehr, sehr gut gefällt, die ich sogar fast lieber spiele, wegen dem Kontrast auf dem Board. Ja, aber nichtsdestotrotz ein mega System. Insgesamt, so wie er es spielt, auch sehr lang. Also ich habe es mal ausgemessen, wir liegen da über 15 Zentimeter von der Gesamtlänge des Systems. Ist für mich sogar sehr, sehr lang. Ich bin ja eher so derjenige, der kürzere Schaft spielt, der dadurch, ja, irgendwie ein bisschen mehr Vertrauen hat, Schnelligkeit hat. Mit dem langen System ist er auf jeden Fall super stabil in der Luft und hat mit Kürzungen und Setup bei mir auch überhaupt nicht funktioniert. Und dazu schauen wir uns jetzt mal das Gameplay-Video an, gucken mal, wie der Dart im Gameplay abschneidet und was ich so nach einer ganz kurzen Eingewöhnungsphase dort rausholen konnte. So, wir schauen uns mal im Gameplay die Darts ein bisschen genauer an und hier kommt auch schon der erste Fail direkt am Anfang. Und zwar laufe ich erst mal schön meinen Stativ um. Deshalb switchen wir einmal die Anzeige nach links, dürfte aber dem Ganzen eigentlich nichts ausmachen. Ja, es ist ein super interessanter Dart, meiner Meinung nach. Vom Flugverhalten jetzt so ganz zu Beginn wirklich, ja, schwierig für mich zu spielen. Ihr wisst alle, ich greife sehr, sehr gerne die Darts hinten. Da hat der Dart halt überhaupt keine Haptik, keinen Grip. Daher sind auch die ersten Würfel hier noch kreuz und quer. Ich habe mich damit nicht lange eingespielt oder so. Also lasst das mal vielleicht jetzt das vierte Leck oder so sein, was ich mit den Darts überhaupt spiele. Von daher war es ein ganz komisches Gefühl, die sollen wir direkt dann aufzunehmen. Ihr seht auch hier, ich komme mit der Höhe noch gar nicht so richtig zurecht. Bin mal viel zu hoch, viel zu tief. Aber ja, je mehr ich den Dart gespielt habe, umso angenehmer wurde er und umso sicherer wurde ich auch. Er hat eine ganz feine und schöne Balance, das muss man einfach so sagen. Also irgendwie was ganz Besonderes. Ich kann es noch gar nicht so richtig greifen oder euch so viel näher beschreiben oder so, aber es ist super ausbalanciert. Übrigens hier auch schön gestellt auf 163 Rest. Ja, also wie gesagt, ein kleines bisschen Gameplay für euch, aber ja, bei weitem nicht das, was ihr natürlich von Flo gewohnt seid. Aber ja, hoppte auch ein bisschen mal die Darts sehen im Board. Mal sehen, wie die so stecken, wie die so fliegen. Ich finde die Spitzen, diese Nano Storm Points, die da mit drauf sind, direkt ab Werk, finde ich mega. Also total cool. So, da braucht ich jetzt ein bisschen länger. Also es ist faszinierend einfach, wie sehr sich das Spiel doch verändert hat, seitdem ich das Skolia habe. Man zählt natürlich noch irgendwo im Kopf mit und weiß, wo man ist, aber ich habe hier tatsächlich in beiden Lacks, die ich euch heute hier zeige, und da ging der erste schon auf dem Doppel vorbei. Ja, ich habe in beiden Lacks, habe ich am Ende so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, im Flo zu bleiben, weil ich noch nicht genau wusste, wo ich stand. Sah auch die App zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, aber das hat hier zum Glück im ersten Leck noch ganz gut geklappt. Ja, das zweite Leck, das startet eigentlich sehr gut. Da hatte ich dann schon so ein bisschen Gefühl für, wie fliegt der Dart, wie viel Kraft darf ich da drauf bringen, wie sehr greife ich den. Also da war ich auch total beeindruckt von, dass wenn ich diesen Dart super locker in der Hand halte und super einfach, easy so losgelassen habe, dass er wesentlich besser flog, als wenn ich mit sehr viel Druck zusammengriff mit den Fingern, was eher so mein Fall ist. Er bietet für mich ein bisschen zu wenig Grip. Das merke ich halt irgendwie so von der Balance hier. Ja, 132. Kann man mal machen, wenn der erste in die 12 geht. Genau, das ist es halt, was ich meinte. Ich brauchte einfach erst mal Zeit, um mich so richtig anzufreunden mit dem Dart, auch hier Triple 3, danach Triple 19. Ich habe einfach sehr, sehr schnell und das ist wirklich bei mir eine Seltenheit, sehr schnell ein gutes Gefühl mit dem Dart gehabt. Und das vor allen Dingen auch auf die Doppel. Das ist eigentlich eher etwas, wo ich länger für brauche. Klar, ich habe hier noch diese Ausreißer nach rechts und links, noch viel zu viel Streuung mit drin. Aber ja, im Grunde genommen hat mir der Dart doch sehr, sehr, sehr gut gefallen und auch gut getan. Also diese Balance, diese Fertigung, das ist schon echt höchstes Niveau und das merkt man auch irgendwie im Wurf. Ja, hier hatten wir, glaube ich, einen kleinen Verrechner mit drin. Oder einen Tippfehler. Aber, naja, auch das müssen wir jetzt mit hinnehmen. Ja, nehmen wir mal die 71 Rest und das, wie gesagt, im vierten Leck oder so, was ich mit dem Dart überhaupt gespielt habe, dann auch auszumachen. Und ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat mich da doch sehr glücklich gestimmt. Gut, Gegner Level 5 ist jetzt nicht der Mega-Hit, aber hat Spaß gemacht. So, wie ihr gerade im Gameplay gesehen habt, ja, nach ein bisschen Orientierung, nach ein bisschen Einwerfen, lief das bei mir schon ziemlich straight und gut. Da war ich echt baff, wie gut ich den Dart dann doch unter Kontrolle hatte. Und ich habe so viele Darts in letzter Zeit in der Hand gehabt und getestet und so viele verschiedene Hersteller, Fabrikate, Formen, Grip-Arten und, und, und. Und ich muss sagen, ohne jetzt den Dart irgendwie hochzupreisen oder so, er ist so schlicht und trotzdem so perfekt ausbalanciert, dass ich spontan, ich glaube, dieses Jahr auf jeden Fall am schnellsten und besten von allen Darts, mit denen zurechtgekommen bin und spiele den jetzt auch liebend gerne im Training. Ja, ich möchte noch mal kurz auf das Thema Verpackung eingehen. Das ist mir nämlich neulich beim Kai Gotthard Dart, Dart, den ich euch ja reviewt habe, entgangen, beziehungsweise ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Die Verpackung ist eigentlich mega cool gemacht, dachte ich mir, weil die lässt sich halt einfach von unten aufschieben. Also die ist auf beiden Seiten offen und lässt sich dadurch gut aufschieben, ohne dass diese Verpackung großartig leidet. finde ich mega stark, denn mich regt ja immer auf, wenn ich irgendwie Dart-Verpackungen aufmache. Gerade zum Beispiel so wie hier ist oben so eine Lasche und dann zieht man an der Lasche irgendwie mehr oder weniger vorsichtig oder so und dann reißt es hier ein. Also da könnte ich schon immer schreien, auch wenn ich mal gebrauchte Darts oder so kriege, dass man meistens die Verpackungen leiden und dann nicht mehr schön aussehen. Also gerade bei solchen Verpackungen rate ich euch, versucht die mal unten aufzumachen, da leidet das Ganze meistens weniger. Zurück zum Dart. Der Dart, der kommt nicht mit dem L-Style-System standardmäßig geliefert von Evo, sondern wie ich schon auch beim Kai-Gothard-Dart gezeigt habe, kommt der mit einem ganz normalen Kunststoffschaft, einmal in der kurzen Variante mit 32 mm und einmal in der etwas längeren Variante mit 42 mm und auch dem Standard Evo-Flight, der direkt vorgelocht ist, mit dem Ring hinten drauf für optimalen Halt auf dem Schaft. Ja, ihr bekommt die Darts in 19, 20 und 21 Gramm Barrel-Gewicht. Das heißt, wir rechnen die Spitze nochmal vom Gewicht her mit dazu und natürlich euer individuelles Setup. Kam jetzt bei meinen Sachen auf 24 bis 24,5 Gramm. Ist auch ziemlich so das Gewicht, was ich insgesamt am liebsten spiele. Also von daher nach kurzer Eingewöhnung ein super Set Darts. Ihr bekommt die Darts natürlich bei Evo auf der Seite. Mich fragen aber auch immer viele Leute, hä, wo kriegst du denn deine signierten Sachen her oder etwas zum Sammeln oder was Besonderes? Und da schau dir einfach mal in den neuen Shop von Robstar, denn da verkauft er nicht nur die Darts und Zubehör, sondern auch signierte Sachen. Dort kriegt ihr sein Dart-Shirt und, und, und. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache dort für Leute, die einfach auch noch was Individuelles haben möchten oder was zum Sammeln haben wollen. Ich lege euch den Dart mal ans Herz. 112 Euro kostet der im VK. Ich bin froh, dass ich ihn mir gekauft habe. Ich habe zwar lange mit mir gerungen, weil, ja, Darts über 100 Euro, ist immer natürlich so eine Entscheidung. Aber hier bereue ich sie auf gar keinen Fall und sage, obwohl es ein so schlichter Dart ist, hat man sich da wohl wirklich Gedanken zu gemacht und hoffe, dass ihr auch Spaß an dem Dart-Set findet. An der Stelle sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Good Darts, euer Darts Rossa. Ja, 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 baby. Ja, ja, baby.